Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour hier auf www.joelmedia.de. Zur zehnten Folge unserer besonderen Serie über das Buch Jesaja. Ein herzliches Willkommen, gilt auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries. Wir wollen weiter studieren in diesem wunderbaren prophetischen Buch und heute uns die Kapitel 46 bis 50 anschauen. Und bevor wir dort hineingehen und uns damit vertieft beschäftigen wollen, möchten wir Gott einladen, dass er unser Denken führt und unsere Gedanken leitet durch seinen Heiligen Geist. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir jetzt dein Wort studieren können und möchten dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, dass du unser Lehrer bist, dass wir aus deinem Wort das lernen, was wir für unser Leben brauchen. Und Herr, nimm du alles hinweg, was dich hindern könnte, uns wirklich zu segnen. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, reinige uns von aller Sünde und sprich jetzt zu unserem Herzen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir beginnen in Jesaja 46 und dort Vers 1 und im Grunde genommen geht hier auch der Zusammenhang aus den Kapiteln 41 bis 45 weiter. Es geht ja prophetisch um das babylonische Exil. Jesaja spricht bereits lange, bevor die Israeliten überhaupt ins Exil nach Babylon kommen, davon, wie sie aus diesem Exil wieder befreit werden, durch Gott und durch Kyros, den Gott dafür benutzen wird. Lesen wir Jesaja 46 und dort Vers 1. Bel krümmt sich, Nebo ist zusammengebrochen. Ihre Bilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen. Eure Prozessionsbilder sind ihnen zur schweren Last geworden. Eine Bürde für das erschöpfte Vieh. Bel, das ist akkadisch, die akkadische Variante von Baal, wie es im Westen des Alten Orientes heißt. Ein Wort, das eigentlich Herr heißt und das die Babylonier für ihren Hauptgott Marduk verwendet haben. Und so haben wir auch einen weiteren bedeutenden babylonischen oder wichtigen babylonischen Götzengott hier erwähnt, nämlich Nebo und das ist der akkadische Nabu, der Gott des Schreibens und der Wissenschaft, der Weisheit, den man oft auch in Namen findet, wie zum Beispiel Nabu Kuduri Utsur, der zweite Nebukadnezar. Und auch hier sehen wir, wie es schon in folgenden Abschnitten bei Jesaja, diesen pointierten Realismus, die Tiere ermatten und wenn die Tiere ermatten, dann fallen die Götzen nieder. Sie können absolut nichts. Sie sind miteinander zusammengebrochen und niedergesunken und konnten die Last nicht retten. Sie selbst mussten in die Gefangenschaft gehen. Die Tiere können die Götter nicht retten. Allein das ist ja schon eine ganz klare Aussage. Diese Götzen sind nichtig. Sie haben keine Kraft und können nichts. Vers 3. Hört auf mich, oh du Haus Jakob. Und der ganze Überrest vom Haus Israel, da haben wir wieder diese Idee von den Übrigen. Ihr, die ihr vom Mutterleib an mir aufgeladen, von Geburt an von mir getragen worden seid. Und was für ein interessanter Kontrast. Die Götzen Babylons, die muss man tragen, aber vom wahren Gott wird man getragen. Und dieser Gott ermüdet nicht und er ermattet nicht. So haben wir es in Jesaja 40 gesehen. Wieder ruft er ihn zu, wie auch schon zuvor. Hört auf mich, seit dem Mutterleib. Das ist ein Gedanke, den wir schon in Jesaja 44 gesehen haben. Gott hat uns bereits im Mutterleib gebildet. Seitdem sorgt er für uns. Wir wissen, dass in der Bibel immer wieder der Ausdruck aus Ägypten auch verglichen wird damit, dass Gott die Israeliten auf Adlersflügeln getragen hat. In 2. Mose 19. Oder wie ein Vater seinen Sohn trägt. Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will euch auch ferner hin, euch heben, tragen und er retten. Auch für diese Vers so ein bisschen alleine, aus dem Kontext genommen, als Verheißung zitiert. Das ist in Ordnung, als Verheißung zitiert zu werden. Im Kontext zeigt es hier, dass Gott getragen hat und er immer weiter trägt. Und zwar vom Anfang bis zum Lebensende. Die Grundidee hier ist, Gott ändert sich nicht. Er bleibt immer derselbe. So wie Malachi 3, Vers 6 sagt. Jakobus 1, Vers 17. Jesus Christus gestern. Dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und natürlich auch eine Verheißung für alte Menschen. Wir haben einige andere hier auch im Sendemanuskript noch verzeichnet. Wem wollt ihr mich nachbilden und vergleichen und wem mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen sollten? Eine rhetorische Frage. Gott ist absolut unvergleichlich. Da schütteln sie Gold aus dem Beutel und wiegen Silber mit der Waage ab. Sie bezahlen einen Goldschmied, damit er ihnen daraus einen Gott macht, vor dem sie niederfallen. Ja, den sie anbeten. Wieder finden wir eine ganz pointierte Darstellung, die zeigt, wie nutzlos die Götzen sind. Sie nehmen ihn auf die Schulter, tragen ihn und stellen ihn an seinen Ort. Da steht er und rührt sich nicht von der Stelle. Ja, man schreit zu ihm, aber er antwortet nicht. Er rettet niemand aus seiner Not. Diese Götzen müssen getragen werden. Sie bewegen sich nicht. Sie retten nicht. Sie können keine Retter sein. Bedenkt das und erweist euch als Männer und nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Gott ruft hier auch zu seinem Volk auf, endlich einzusehen, dass Götzendienst nichts nützt und kein Heil bringt. Gedenkt an das frühere, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist, anhand der Geschichte ihres Volkes sollten die im babylonischen Exil gefangenen Israeliten sich daran erinnern, dass es nur einen wahren Gott gibt, denn die Geschichte war voll von Beispielen dafür, dass Gott wirklich rettet und dass er real ist, dass er ein wirklicher, der echte Gott ist. Vers 10 Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Auch hier finden wir wieder Gedanken, die wir schon in den früheren Kapiteln 41 und 44 und 45 gesehen haben. Gott weiß alles im Vorhinein und was er sich vorgenommen hat, das wird auch ausgeführt. Wenn Gott einen Plan gefasst hat, dann dürfen wir sicher sein, dass der nicht einfach aufgegeben wird. Und Gott hat den Plan gefasst, dich und mich zu retten und zu sich zu ziehen. Er wird alles tun, was von seiner Seite nötig und möglich ist, damit dieser Plan auch ausgeführt wird. Vers 11 Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Und hier haben wir ein konkretes Beispiel für den Gedanken, den wir gerade in Vers 10 gesehen haben. Um die Israeliten aus Babylon herauszuholen, hat Gott einen Plan. Und wir haben schon gesehen in den früheren Kapiteln zwischen Jesaja 41 und 45 war mehrfach angekündigt worden, dass Gott den Kyrus, den persischen General, der später König werden würde, über das Weltrecht der Meder und Perser, dass Gott diesen General benutzen würde, um die Israeliten zu befreien, um Babylon zu besiegen. Und hier wird er erneut angekündigt, dieser Kyrus. Interessant ist dieses Symbol des Adlers. Ich berufe von Osten her einen Adler. Man hat tatsächlich in Persepolis, einer der großen Residenzstädte der persischen Könige später, einen Adler gefunden als das Standartensymbol unter Kyrus und auch den weiteren persischen Königen, den Achemeniden. Und der Name für dieses Tier, für dieses Wappentier war Shabaz. Und das ist wohl entweder ein Habicht oder der sogenannte östliche Kaiseradler. Also Gott sagt nicht nur den Namen des Eroberers voraus, wie wir in Jesaja 44 und 45 gesehen haben. Er sagt sogar hier das Wappen der persischen Armee im Vorhinein voraus. Und diese beiden Verse sind äußerst bemerkenswert. Erstmal wird Israel erneut zum Hinhören aufgefordert, wie schon an vielen anderen Stellen. Und dann sehen wir, das Problem der Übrigen ist genau dasselbe Problem, das wir bisher immer wieder und immer wieder im Buch Jesaja als das Schlüsselthema identifiziert haben, nämlich den Stolz. Hört mir zu dir, ein stolzes Herz. Habt ihr immer gesehen, die Israeliten, die Judäer in Jesaja 2, die Töchter Zions in Jesaja 3. Wir haben die Israeliten des Nordreiches in Jesaja 9 gesehen, die Assyrer in 10, die Babylonier in 13, natürlich den Satan selbst in Jesaja 14, dann die Moabiter und so weiter. Wir haben immer wieder gesehen, das Hauptproblem, dass Gott immer wieder diagnostiziert, ist der Stolz. Und weil die Israeliten stolz sind, sind sie fern von der Gerechtigkeit. Wenn wir stolz auf unsere eigenen Leistungen sind, stolz auf unsere eigene Weisheit, auf das, was wir können, dann sind wir fern von der Gerechtigkeit. Denn die Gerechtigkeit Gottes offenbart seinen Charakter und der ist genau das Gegenteil von Stolz. Denn Gott ist die Liebe und die Liebe denkt nicht an das ihre. Die Stolzen, die Gottlosen sind fern vom Gesetz, sie sind fern von der Erlösung, fern von der Gerechtigkeit. Und jetzt kommt in Vers 13, nicht sie müssen die Gerechtigkeit suchen, sondern Gott bringt seine Gerechtigkeit nahe. Er ist es, der auf den Sünder zukommt. Er streckt seine Hand aus. Er will mich und dich, liebe Freunde, liebe Freundinnen, erreichen. Die Gerechtigkeit, die er nahe herbeibringt, die offenbart sich wo? Im Evangelium. Das sagt Römer 1, Vers 16 ganz deutlich, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Und in Vers 17 heißt es, dass es in ihr sich die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Es ist Christus selbst, der den Himmel verlässt und auf die Erde kommt, zu uns Menschen, um die Gerechtigkeit nahe zu bringen. Von ihm heißt es später in Jeremia 23, Vers 6, dass sein Name als der König sein wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Und hier finden wir diese Grundidee des Evangeliums, dass wir, die wir fern sind von dem Evangelium, fern sind von der Gerechtigkeit, stolz sind. Dass wir erreicht werden von Gott, der auf uns zukommt und der hier auch den Israeliten sagt, die im Exil in Babylon sind und immer noch mit dem Götzendienst zu tun haben. Er sagt, ich will euch retten. Ich komme euch nahe mit meiner Gerechtigkeit und mit seiner Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, das ist seine vergebende Gnade. Das ist seine Güte, wie Gott dem Mose in 2. Mose 33 und 34 deutlich gezeigt hat. Jesus selbst, der auf die Erde kam, hat die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater gezeigt, voller Gnade und Wahrheit. Und dann heißt es weiter in Jesaja 47 und dort Vers 1. In gewisser Weise beginnt hier ein neuer Gedankengang, der schon in Jesaja 46, Vers 1 und 2 mit dem Zusammenbruch der Götzen unter der Laste oder unter diesen, die von den Tieren getragen werden, angedeutet worden ist. Nämlich die konkrete Beschreibung des Untergangs von Babylon. So wie wir es schon in Jesaja 13 und auch in Jesaja 21 gesehen haben. Das Bild vom Niedrigwerden und vom im Staubsitzen kennen wir schon. Und zwar aus Jesaja 3. Da waren es die Töchter Zions und Jesaja 25. Da war es die hochragende Stadt. Ein Bild, das man dann auch in Klagelieder 2 zum Beispiel findet. Nimm die Mühle hervor und male Mehl. Nimm deinen Schleier ab und hebe die Schleppe. Und entblöße die Schenkel. Warte durch die Flüsse. Ein Bild der sozialen Erniedrigung. Nach 2. Mose 11, Vers 5 ist so die Frau an der Handmühle ganz unten an der sozialen Skala. Bei Simson war es die Beschäftigung eines Gefangenen. Vers 3. Deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Ich will Rache nehmen und keinen Menschen schonen. Auch das hatten wir gesehen schon in Jesaja 3 bei den Töchtern Zions. Und wird auch von Nahum bei den Assyrern erwähnt. Gott nimmt Rache an seinen Feinden, obwohl sein eigenes Volk von ihm abgefallen ist. Und durch dieses Gerichtshandeln an den Feinden bietet sich die Gelegenheit, Sühnung für sein Volk anzubieten. Und das, dieses Zusammenspiel von Gericht an Babylon und Erlösung für die Übrigen in Babylon, das erklärt dann auch dieses ganz enge Zusammenspiel von Gericht und Evangelium in Offenbarung 14, Vers 6 und folgende. In der Dreifahren Engelsbotschaft, wo das ewige Evangelium genau diese Botschaft enthält, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist und dass Babylon gefallen ist. Das wird hier sehr schön deutlich und deswegen sehen wir auch inmitten der Beschreibung des Falls von Babylon eine Botschaft der Erlösung in Vers 4. Unser Erlöser, sein Name ist Herr der Herrscher, der Heilige Israels. Mittendrin also die Erinnerung an die gute Nachricht. Gott will sein Volk erlösen. Er ist der Erlöser, Vers 5. Setze dich schweigend hin und hier geht sozusagen die Beschreibung wieder der Tochter Babels weiter. Setze dich schweigend hin und geh in die Finsternis, du Tochter der Chaldea. Denn man wird dich nicht mehr Beherrscherin der Königreiche nennen. Dieses Motiv von Schweigen und Finsternis taucht auch beim endzeitlichen Babylon in Offenbarung 18 auf. Wir werden jetzt sehen mehrmals, dass Offenbarung 18 die Beschreibung des Endzeit-Babylons, wo die abgefallenen Kirchen, ihren politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen dargestellt wird, als die antichristliche Macht, angeführt von Rom, vom Papsttum, mit all den gefallenen protestantischen Kirchen zusammen. All das basiert hier auf Jesaja 47. Man könnte sagen, Jesaja 47 ist so ein Typos, eine Grundlage auch sprachlich für die Beschreibung des Endzeit-Babylons in Offenbarung 18. Übrigens wird ja Babylon auch in Offenbarung 17 als eine Frau beschrieben, die über die Könige der Erde regiert. Vers 6. Und hier haben wir einen Gedanken, den wir schon bei den Assyrern gesehen haben. Gott benutzte schon die Assyrer und jetzt dann auch die Babylonier, um sein Volk zu strafen. Aber die Babylonier verstehen Gottes Willen und seine Absicht nicht und behandeln die Israeliten noch viel schlimmer. Und dass die Babylonier keine Rücksicht auch auf die Kreise, auf die Alten nehmen würden, das hatte schon 5. Mose 28 deutlich in Vers 50 vorhergesagt. Vers 7. Und du hast gedacht, ich werde ewiglich Gebieterin sein und hast dir dies nicht zu Herzen genommen und nicht bedacht, was danach kommen würde. Babylon hatte geglaubt, immer fest zu herrschen und mit den Ereignissen, die jetzt prophezeit werden, hatte Babylon nicht gerechnet. 5. Mose 32 sagt uns, wer weise ist, denkt an sein Ende. Der Nebukadnezar, der hat noch sich Gedanken gemacht, wie alles ausgeht. Der hat noch sich Gedanken über die Zukunft gemacht und Gott konnte ihn führen. Er konnte sich ihm offenbaren durch die Prophetie, durch Daniel und konnte ihn dann sogar erretten. Aber Nebukadnezar war hier nicht die Regel für Babylon, leider. Vers 8. Nun aber höre, du Üppige, die sorglos thront, in ihrem Herzen spricht, ich bin's und sonst niemand. Ich werde nicht als Witwe da sitzen, noch erleben, wie mir die Kinder geraubt werden. Dieser Vers, der findet sich ganz ähnlich in Offenbarung 18 und dort Vers 7. Dort wird die Üppigkeit auch mit Selbstverherrlichung verbunden. Da sind wir wieder bei dieser Idee, die wir auch in Daniel 4 und Daniel 5 finden und die so als Stolz und Selbstverherrlichung so ein Schlüsselthema von auch Jesaja ist. Hier ist die Einstellung eines Gottlosen beschrieben. Die gleiche Einstellung hatten die Menschen zur Zeit von Noah, zur Zeit von Lot. So wird die Einstellung auch am Ende der Zeit sein. Das Gleichnis vom reichen Narren beschreibt diese Idee, dass man einfach nur auf seinen eigenen Luxus schaut und sich keine Gedanken macht, dass es einen Gott gibt, der das Unrecht strafen könnte, was er aber dann tun wird. Vers 9. Dennoch wird dir beides begegnen, in einem Augenblick, an einem Tag. Und diese besondere Betonung von an einem Augenblick, an einem Tag, die spiegelt sich wieder in Offenbarung 18, wo das Gericht über Babylon auch an einem Tag, in einer Stunde kommt. Die Kinder werden dir geraubt und Witwe wirst du sein. Mit großer Macht werden sie über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und der großen Anzahl deiner Beschwörungen. Die Babylonier hatten eine regelrechte Wissenschaft, in Anführungsstrichen, der Zauberei und der Beschwörung. Wir kennen heute noch sehr viele Beschwörungstexte aus der Zeit, Ominar und Beschwörung. Aber wir wissen schon aus dem Buch Daniel, dass die Wahrsager mit all dem immer wieder versagt haben. Interessanterweise spielt das Thema Zauberei in Offenbarung 18, Vers 23, auch eine Rolle im Endzeit Babylon. Vers 10, denn du vertrautest auf deine Bosheit und sprachst, niemand sieht mich. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich verführt, dass du bei dir selbst gedacht hast, ich bin's und sonst niemand. Die Babylonier sind in gewisser Weise also hier genauso verführt, wie man es vorher schon bei den Führern Judas in Jesaja 28 und Jesaja 29 gesehen hat. Und schon in Jesaja 5 hatten wir einen Wehrruf über die, die sich selbst für weise halten. Vers 11, darum wird ein Unglück über dich kommen, dass du nicht wegzaubern kannst. Und ein Verderben wird dich überfallen, dass du nicht abzuwenden vermagst. Plötzlich wird eine Verwüstung über dich kommen, von der du nichts ahnst. Die Babylonier waren ganz besonders damit beschäftigt, immer irgendwelchen Schaden abzuwenden, irgendwelche Zaubereien und Beschwörungen vorzunehmen, um für alle möglichen Eventualitäten gerüstet zu sein. Aber all das nützt natürlich nichts. All ihre ausgeklügelten Systeme werden das Unglück nicht abwenden können, denn Gott selbst hat ihren Untergang beschlossen. Man kann ja eine Parallele ziehen auch zu den Wahrsagern und Beschwörern in Ägypten, in Jesaja 19, Vers 3, wo wir eine ganz ähnliche Idee schon hatten. Vers 12, tritt doch auf mit deinen Beschwörungen, mit der Menge deiner Zaubereien, mit denen du dich abgemüht hast von Jugend auf. Vielleicht vermagst du zu helfen, vielleicht kannst du Schrecken einflößen. Auch hier haben wir wieder eine sehr, Gott fordert die babylonische Religion auf und sagt, zeig doch mal, was ihr könnt mit euren Beschwörungen und Omina. Könnt ihr irgendjemandem damit Schrecken einjagen? Und wir hatten schon vorher gesehen, dass die Zeichen der Wahrsager nichts gegen Gottes Plan und Wirken ausrichten können. Vers 13, du bist müde geworden von der Menge deiner Beratungen. So lass sie doch herzutreten und dich retten, die den Himmel einteilen, die Sternseher, die jeden Monat ankündigen, was über dich kommen soll. Astronomie und damit verbunden natürlich immer auch Astrologie war etwas, was in Babylon weit verbreitet war. Vor allem dann im Zuge der kommenden Jahrhunderte immer noch intensiver betrieben worden ist. Die Einteilung des Himmels in Tierkreiszeichen, Sternbilder. All das geht letztendlich auf die Mesopotamia zurück, auf die Sumeria und dann vor allem auch auf die Babylonia. Und damit zeigt sich hier auch, wie sehr Gott eigentlich dieses Volk auch gut kennt und weiß, was ihnen wichtig ist. Und zeigt sozusagen im Kontrast, dass nur er der Erlöser ist und dass all das, worauf sie so großen Wert legen, was sie für so wichtig halten, letztendlich vollkommen nutzlos und sinnlos ist. Vers 14. Siehe, sie sind geworden wie Stoppeln, die das Feuer verbrannt hat. Sie werden ihre Seele nicht vor der Gewalt der Flammen erretten. Denn es wird keine Kohlenblut sein, an der man sich wärmen und kein Ofen, an dem man sitzen könnte. So sind die für dich geworden, um die du dich bemüht hast, sie mit denen du Handel getrieben hast. Von Jugend auf, jeder von ihnen irrt auf seinem eigenen Weg davon und keiner hilft dir. Trotz ihrer vielen Verflechtungen wird es für Babylon keinen Retter geben. Und auch das sehen wir sehr deutlich in Offenbarung 18, wo die abgefallenen Kirchen der Endzeit sich mit der Politik, mit der Wirtschaft eng verflochten haben, aber am Ende niemand ihnen helfen wird. Es erinnert ein bisschen auch an den König des Nordens, der in Daniel 11, Vers 45 zugrunde geht und niemand wird ihm helfen. Hier wird sehr deutlich beschrieben, wie hilflos Babylon sein wird. All das, was man glaubte, an großer Kultur und an Religion und an Beschwörung haben zu können, würde sich gegenüber dem Gericht Gottes als völlig nutzlos erweisen. Lieber Freund, liebe Freundinnen, wenn Gott Gericht hält, bringen all unsere persönliche Weisheit, aller Okkultismus, alles, was Menschen vielleicht versuchen, um irgendwie Glück und Frieden zu bekommen, all das bringt absolut nichts. Das Einzige, was uns wirklich rettet, das Einzige, was uns wirklich hilft, ist Jesus Christus, unser Erlöser, der Gott, der unser Schöpfer und Errettung ist, der am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist. Jesaja 48 und dort Vers 1, hört dies, ihr vom Haus Jakob, die ihr mit dem Namen Israel benannt und aus den Wassern Judas entsprungen seid, die ihr bei dem Namen des Herrn schwört und euch zu dem Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit noch in Gerechtigkeit. Hier haben wir ein Grundproblem angesprochen, das wir schon seit Jesaja 1 oder in Jesaja 1 schon gesehen haben, nämlich, dass die Israeliten sich für Gottes Volk halten, aber nicht so leben. Wir sehen hier, dass Israel ein von Gott verliehener Name ist. Wir kennen das aus der Geschichte von Jakob, der von Gott Israel genannt wird. Und wir wissen aus dem Römerbrief, dass nicht alle, die Israel heißen, auch echte Israeliten sind, sondern der ist ein echter Israelit, der am Herzen beschnitten ist. Denn sie nennen sich nach der heiligen Stadt, also nach Jerusalem, und stützen sich auf den Gott Israels, dessen Name Herr der Herrscharen ist. Sie haben also auch im Exil sich auf Jerusalem berufen, sie haben sich auf Gott berufen, und wir haben diese Einstellung auch später in Jeremia zum Beispiel, wo die Israeliten sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Und natürlich auch im Neuen Testament, wo die Juden glauben, dass sie Kinder Gottes sind, während Jesus ihnen sagen muss, dass sie Kinder des Satan sind. Vers 3, das frühere habe ich längst schon verkündigt. Aus meinem Mund ist es hervorgegangen, und ich habe es bekannt gemacht. Plötzlich habe ich es ausgeführt, und es ist eingetroffen. Noch einmal betont Gott gegenüber seinem Volk, dass sie sich verlassen können auf seine Prophezeiungen. All die früheren Prophezeiungen sind plötzlich eingetreten, und das Buch Jesaja zeigt das ja sehr deutlich. Wir haben gesehen, in den ersten Kapiteln, wie immer wieder vor den Assyrern gewarnt wird, wie auch Einzelheiten der assyrischen Invasion genauestens beschrieben worden sind, auch die Niederlage der Assyrer. All das ist dann plötzlich in Jesaja 37, vor allem Vers 36 und 38 in Erfüllung gegangen. Jesaja 36 und 37. Vers 4, weil ich wusste, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn ehren ist, so habe ich es dir damals angekündigt. Jetzt ein interessanter Gedanke. Ehe es geschah, habe ich es dich hören lassen, damit du nichts sagen könntest, mein Götz hat es gemacht und mein geschnitztes oder gegossenes Bild hat es befohlen. Dies ist ein sehr interessanter Gedanke, den wir gut verstehen müssen. Warum gibt es eigentlich Prophetie? Die Prophetie beweist, dass die Rettung tatsächlich von dem wahren Gott kommt, der im Vorhinein Bescheid wusste. Wenn einfach nur eine übernatürliche Rettung da gewesen wäre, hätten die Israeliten vielleicht gedacht, ah, das war Baal oder Ashera oder irgendein anderer Götze. Aber dadurch, dass Gott im Vorhinein die Details bereits sagt, macht er deutlich, er identifiziert sich sozusagen als der Rettende. Gott wirkt ständig im Leben von Menschen, im Leben von Familien, im Leben von Gemeinden, im Leben von Nationen. Aber oft denken wir, ach, das war vielleicht Zufall. Wir denken, ach, es war meine eigene Geschicklichkeit. Menschen glauben vielleicht, dass irgendwelche Götter, denen sie folgen, das gemacht haben. Aber durch die Prophetie ist es möglich zu identifizieren, wer es eigentlich wirklich war, nämlich Gott. Das heißt, Prophetie ist nicht nur dazu da, damit ein paar Bibelfreaks Gelegenheit haben, Zahlen auszurechnen. Nein, 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 nein. Prophetie ist fundamental. Und das wird in diesem Kapitän sehr deutlich, weil durch die Prophetie kann der Retter als der identifiziert werden, der er wirklich ist. Man wird dann wissen, wer einen errettet hat und den wahren Retter finden und anbeten. Das zeigt uns also, wie sehr Prophetie mit dem Evangelium verbunden ist. Vers 6, du hast es gehört. Betrachte es alles. Wollt ihr es nur nicht eingestehen? Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du nicht wusstest. Das Gott lädt sein Volk ein. Studiert doch die Prophetie. Seht doch, dass all sich das erfüllt hat. Dann bekehrt euch und nehmt die Rettung an, die jetzt vorhergesagt wird. Denn jetzt kommt Neues, nämlich die Befreiung aus Babylon. Und typologisch bereits ein Hinweis auf die eigentliche Erlösung, die dann durch Jesus Christus kommen wird, der ein Geheimnis, das von Ewigkeiten verschwiegen war, aber sich dann offenbart hat. Jetzt erst ist es geschaffen worden. Und nicht schon früher. Und vor dem heutigen Tag hast du nichts davon gehört, damit du nicht sagen könntest, siehe, ich habe es gewusst. Du hast es weder gehört, noch gewusst, noch war jemals dein Ohr geöffnet. Achtung. Denn ich wusste, dass du völlig treulos bist und von Mutterleib an ein Übertreter genannt worden bist. Hier offenbart nun Gott im Gegenzug, um es manche Dinge gibt, die er zurückhält, die er verborgen hält, die er erst im Laufe der Zeit offenbart. Da der Mensch von Anfang an ein Sünder ist, völlig treulos, kann er viele Dinge von Anfang an nicht richtig geistlich verstehen. Vers 9. Um meines Namens willen bin ich langmütig. Oder meiner Ehre willen halte ich mich zurück. Dir zugute, um dich nicht auszurotten. Und hier sehen wir in einer wunderschönen Sprache, die den Charakter Gottes, er ist gnädig, er ist langmütig, er rettet uns um seinen Willen. Das bedeutet mit anderen Worten, wir haben es nicht verdient. Wir haben uns nicht erarbeitet und Gott muss es uns geben. Nein, er macht es, weil er so ist, um seines eigenen Namens willen. Das haben wir immer wieder in der Bibel. Er hält sich zurück mit der Bestrafung der Sünden. Und Paulus krönt dann diesen ganzen Gedanken in Römer 3, 25 bis 26, als er erklärt, wo er erklärt, dass Gott mit der Bestrafung gewartet hat, bis Jesus kommt, auf den er dann alles Schuld legen konnte, damit durch das Opfer Jesu Gott zwar gerecht sein kann, aber gleichzeitig dich und mich retten kann, rechtfertigen kann, ohne dabei ungerecht zu sein. Vers 10. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Diese Katastrophe des Exils, schlimm wie sie war, sollte letztendlich doch wieder zum Segen werden. Ja, ihre Sünden haben dazu geführt, dass sie ins Exil kamen, aber Gott benutzt selbst diese Konsequenzen der Sünde, nicht die Sünde selbst, aber die Konsequenzen der Sünde, um den Israeliten etwas zu zeigen, um sie zu lehren, wie er ist und wie die Sünde ist, damit sie endlich verstehen, dass es sich nicht lohnt, der Sünde zu folgen, sondern dass es sich ungemein lohnt, Jesus zu folgen, dass man ihm glauben kann und soll. Diese Prüfung, diese Läuterung offenbart einen echten, wertvollen Glauben und wir haben eine ganze Reihe von Ellen White Zitaten hier, die ihr euch dann selbst durchlesen könnt im Sendemanuskript über dieses sehr wichtige, persönliche und auch berührende Thema, das uns auch im Alltag, in unserem persönlichen Leben manchmal schwer zu schaffen macht, warum Gott Leid zulässt und warum wir durch so manche schwere Prüfung hindurch müssen. Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Gott macht sehr deutlich, dass er es ist, dass es nicht aufgrund der Verdienste der Israeliten ist, sondern aufgrund seines eigenen Charakters, dass er sie rettet. Lieber Freund, liebe Freundin, dass Gott uns rettet, liegt nicht daran, dass wir es so verdient haben, sondern weil wir so hilflos sind, weil wir es gar nicht verdient haben. Deswegen rettet er uns aus lauter Gnade. Vers 12. Höre auf mich, Jakob. Und du Israel, mein Berufender, ich bin es, ich bin der Erste und ich bin auch der Letzte, wer schon letzte Woche dabei war, der hört jetzt immer wieder diese selben Ideen, die selben Gedanken, die immer wieder neu kombiniert hier auftauchen, wie schon in früheren Kapiteln. Und wieder haben wir dieses A und O auch aus der Offenbarung. Ja, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Sobald ich hinzu rufe, stehen sie allesamt da. Auch das haben wir schon mehrmals in den Kapiteln vorher gesehen. Gott als der Schöpfer, als der Retter und der Schöpfer. Und hier sehen wir auch etwas über die Methode, mit der Gott schafft, nämlich durch sein Wort. Die Bibel sagt, dass Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Psalm 33 sagt uns, dass er sprach und es stand da, er gebot und es entstand. Das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Wenn er spricht, dann trifft sein Wort auf die Realität. Und während meine Worte die Realität nicht verändern können, meine Worte können die Realität nur beschreiben. Aber Gottes Wort hat solche Kraft, dass wenn Gottes Wort auf die Realität trifft, dass die Realität einen Kürzeren zieht. Und dass Gottes Wort genau das tut, was sein Inhalt ist. Und das schafft. Denn Gott schafft durch sein Wort. Vers 14 Versammelt euch, ihr alle und hört, wer unter ihnen hat dies verkündigt, er, den der Herr lieb hat, er wird sein Wohlgefall an Babel vollstrecken und die Chaldea seinen Arm fühlen. Das sind wieder ähnliche Gedanken wie zuvor. Und interessant ist, dass hier ganz deutlich gesagt wird, dass Gott den Kyrus lieb hat. Und das zeigt uns, dass Gott alle Menschen liebt, auch wenn sie ihn noch gar nicht richtig kennen. Vers 15 Ich selbst habe es gesagt, ich habe ihn auch berufen und ihn hergebracht und sein Weg wird gelingen. Gott hat also den Siegeszug von Kyrus vorher gesehen, vorher gesagt und hat auch ihm den Erfolg gegeben, denn er steht hinter dieser ganzen Sache. Vers 16 Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht dem Verborgenen geredet, seitdem es geschehen ist, bin ich da und nun hat mich Gott, der Herr und sein Geist gesandt. Das ist ein sehr bemerkenswerter Vers. Denn hier spricht Gott und sagt, dass er von Gott, dem Herrn und seinem Geist gesandt worden ist. Und ich denke, hier ist ganz deutlich, dass hier der Sohn Gottes spricht, der ja auch, wie wir vorher immer gesehen haben, der Schöpfer und Erlöser ist. Er stellt sich hier vor als der Herr und jetzt macht er deutlich, dass hinter ihm noch jemand steht, nämlich der Vater, der ihn senden wird und auch der Heilige Geist, der dann auf der Erde ihn erfüllen wird und ihn stärken wird, um die Erlösung zu bewirken, die er ja Tausende zuvor bereits angekündigt hat. Dieser Vers hier scheint mir eine sehr schöne Beschreibung auch des Gedankens der Dreieinigkeit hier im Alten Testament zu sein. Vers 17 So spricht der Herr dein Erlöser, der heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Jesus stellt sich hier nicht nur als der Schöpfer vor, nicht nur als der Erlöser, sondern auch als unser Lehrer. Wir hatten ja schon in Jesaja 30 gesehen, das Gott versprochen hat, dass die Israeliten, die übrigen, ihren Lehrer sehen werden, dass sie eine Stimme hören werden, weil die sagen, dies ist der Weg, den geht, wenn sie zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollen. Gott möchte, dass wir wissen, dass er uns nicht nur erschaffen hat, dass er uns nicht nur erlöst hat, sondern dass er uns auch führen möchte, leiten möchte, lehren möchte, welchen Weg wir gehen sollen im Alltag. Wenn wir uns die Frage stellen, was soll ich tun, soll ich das tun oder jenes tun, dürfen wir Gott um Weisheit bitten. Und er hat uns nicht nur von Sünde erlöst, er hat uns nicht nur geschaffen, er kennt auch die Zukunft, er weiß, was passiert. Niemandem können wir unsere Zukunftspläne besser anvertrauen als ihm. Wenn wir ihm vertrauen, dann kann er uns auch gut und richtig führen. Vers 18, Oh, dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Gott zeigt, wenn sie von Anfang an gehorsam gewesen wären, wie viel besser hätte es ihnen gehen können. Gehorsam bringt immer Segen und das wird hier sehr deutlich. Die Bibel sagt im Psalm 119, Vers 165, wer Gottes Gesetz liebt, der hat großen Frieden. Gerechtigkeit ist das Wesen des Reiches Gottes und wir haben noch einige andere Parallelstellen dazu hier im Manuskript. Vers 19, Dein Same wäre wie der Sand und die Sprösslinge deines Leibes wie seine Körner. Sein Name würde weder ausgerottet noch vertilgt werden vor meinem Angesicht. Hier bezieht sich Gott auf die Verheißung, die er dem Abraham und dem Abraham dann gegeben hatte. In 1. Mose 13 und 22 und die wird immer wieder auch aufgegriffen von den Propheten. Wir hatten schon in Jesaja 10 gesehen, dass natürlich auch wenn die Zahl numerisch wie die Zahl des Sandes sei in Jesaja 10 dass trotzdem nur ein Überrest gerettet wird nämlich die die wirklich Gott von Herzen treu sind. Vers 20 zieht aus von Babel flieht von den Chaldean mit Jubelschall verkündigt dies lasst es hören verbreitet es bis an das Ende der Erde und sagt der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst raus aus Babylon das ist die Botschaft von Jesaja und viele Menschen lieben Jesaja 41 und 43 und all diese wunderbaren Botschaften diese Verheißungen und es ist so interessant dass diese so überdeutlich klare Botschaft der Erlösung dass Gott uns liebt dass er uns nahe kommt dass er unser Schöpfer ist unser Erlöser dass er uns an der Hand fest dass er uns ermutigt dass diese Botschaft die so viele Menschen sich in einzelnen Versen irgendwo als Sprüche an die Wand schreiben dass diese Verse so unzertrennbar verbunden sind mit der Botschaft vom Fall Babylons wie können wir dann zweifeln dass die drei Verengelsbotschaft die den Fall Babylons predigt und die davon spricht dass Gottes Volk aus Babylon herauskommen soll wie können wir daran zweifeln dass das pures Evangelium ist nämlich genauso wie hier in Jesaja deswegen glauben wir dass Offenbarung 14 Vers 6 und die folgenden Offenbarung 18 Vers 1 bis 4 dass das unsere Botschaft heute ist diese Botschaft soll weltweit verkündigt werden alle Nationen Stämmen Völkern und Sprachen die Botschaft der Erlösung die Botschaft dass Babylon gefallen ist und man Babylon verlassen soll Vers 21 sie litten keinen Durst als er sie durch die Wüste führte Wasser ließ er ihnen aus dem Felsen rinnen er spaltete den Fels da floss Wasser heraus hier erinnert Gott noch einmal wie er schon die Israeliten aus Ägypten geführt hatte weil er sogar in der Wüste Wasser aus dem Felsen gebracht hat können Menschen ihm vertrauen sie können die große und kulturell hochstehende Stadt Babylon verlassen und sich auf den vielleicht schwierigen Weg durch das syrische Gebiet vielleicht die arabische Wüste durch dieses Gebiet hindurch wagen sie können sie auf die Reise machen weil Gott bei ihnen sein wird so wie die Israeliten aus Ägypten geführt hat aber Vers 22 keinen Frieden spricht daher gibt es für die Gottlosen die Erlösungsbotschaft ist für die die Gott annehmen die ihm vertrauen die auf ihn hören der Sünder kennt den Weg des Friedens nicht wer also an Sünde festhält kann die Erlösung nicht annehmen wir müssen uns entscheiden Erlösung oder Sünde denn die Erlösung wird immer dazu führen dass wir von Sünde erlöst werden dass Sünde aus unserem Leben entfernt wird und dass Gott uns vor der Sünde bewahren möchte Jesaja 49 und jetzt wird es sehr interessant hört auf mich ihr Inseln und gebt acht ihr Völker in der Ferne das ist eine Anrede wie wir sie auch schon aus früheren Kapiteln erkennen wo Gott gesprochen hat wie in Jesaja 41 Jesaja 45 42 der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht hier spricht jetzt der den Gott beruft hier spricht der Messias selbst und zwar mit Worten am Anfang des Verses wie wir sie von Gott selbst sprechen bisher hatten wir gesehen wie Gott über den Knecht Gottes spricht über den Messias zum Beispiel in Kapitel 42 jetzt redet Gott selbst als Knecht und damit wird eine unglaublich tiefe Wahrheit noch einmal ganz deutlich nämlich dass Gott selbst Mensch wird es wird hier wenn man jetzt die Kapitel Jesaja 41 bis 48 gelesen hat und jetzt zu Jesaja 49 kommt wird das ganz deutlich dieser Perspektiv wechsel oder wie Gott jetzt sozusagen diese Rolle des Messias über dir gesprochen hat selbst auf sich anwendet von Mutter Leib an war Jesus berufen Matthäus 1 Lukas 1 Lukas 2 all die Geschichten sind ja relativ gut bekannt die deutlich gemacht dass Jesus von Geburt an als der Messias angekündigt worden ist Vers 2 er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert er hat mich sagt Ellen weit dass wir das gesamte Kapitel Jesaja 49 sorgfältig lesen sollen und feierlich denn was für Worte sind das sagt sie hier finden wir eine starke Parallele zu Jesaja 11 Vers 4 wir wissen dass hier das Wort Gottes gemeint ist in Offenbarung 1 Vers 16 und 19 15 kommt das Schwert aus dem Mund von Jesus das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert Hebräer 4 Vers 12 und er sprach zu mir du bist mein Knecht bist Israel durch den ich mich verherrliche Gott der Vater verherrlicht sich durch Jesus und Israel Achtung gut zu hören Israel ist der Name des Sohnes Gottes als also der Sohn Gottes als der Engel der am Jawog mit Jakob ringt diesem Jakob dann den Namen Israel gibt gibt er ihm den Namen den er selbst trägt Jakob ist mit dem Namen des Sohnes Gottes benannt worden und das ganze Volk Israel war also des Namens wegen schon ein Repräsentant des kommenden Messias des Christus des Israel und deswegen konnten sie nur Volk Gottes sein solange sie mit dem verbunden waren dessen Namen sie trugen und nun so spricht und nun spricht der Herr Verzeihung Vers 4 ich aber hatte gedacht ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott Jesus hatte immer wieder damit zu kämpfen dass sein Dienst so wenig geschätzt wurde geschätzt worden ist und viele nicht mal erkannt haben und doch hat er immer darauf vertraut dass Gott ihn belohnen würde wie Hebräer 11 verspricht und nun spricht der Herr der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat um Jakob zu ihm zurück zu bringen Israel aber wurde nicht gesammelt und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott war meine Stärke hier haben wir sehr tiefe Wahrheiten Jesus war in die Welt gekommen um das Volk Israel zur Umkehr zu bringen deswegen war seine Botschaft tut Buße und bekehrt euch kehrt um denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und trotzdem haben sie ihn abgelehnt sie haben ihn nicht angenommen sagt Johannes 11 und wir viele Stellen im 9. Testament machen das sehr deutlich und trotzdem war seine Mission ein Erfolg weil Gott ihn stärkte und Gottes Auftrag weiterging als nur das Volk Israel in Anführungsstrichen nur das Volk Israel zurückzurufen Vers 6 ja er spricht es ist zu gering dass du mein Knecht bist um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde der Messias würde nicht nur für das ethnische Israel kommen nein er würde für alle Menschen kommen sein Auftrag war nicht auf das buchstäbliche Israel beschränkt sondern er war das Licht der Welt sagt Johannes 8 Vers 12 so wie schon in Jesaja 42 vorher gesagt dass er das Recht die Botschaft Gottes zu den Heiden hinaustragen würde und deswegen identifizieren sich die Nachfolger Jesu mit dieser Beschreibung und möchten das Evangelium in alle Welt tragen nach Matthäus 24 Vers 14 wenn es geschehen ist kommt Jesus wieder und deswegen haben wir den Auftrag in Matthäus 28 Vers 18 bis 20 in alle Welt zu gehen und Menschen in die Nachfolge zu rufen und zu taufen auf den Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes und wir haben die Endzeit Botschaft in Offenbarung 14 ab Vers 6 die zu allen Nationen Stämmen und Völkern und Sprachen gebracht werden sollen Vers 7 so spricht der Herr der Erlöser Israels sein Heiliger zu dem von jedermann Verachteten zu dem Absteu der Nation zu dem Knecht der herrschenden Könige werden es sehen und aufstehen und Fürsten anbeten niederfallen um des Herrn willen der treu ist um des heiligen Israels willen der dich auserwählt hat hier wird offenbart dass der Messias verachtet sein würde auch das Volk Israel war ja verachtet in Babylon und insofern war das Volk auch hier ein Typos auf den Messias wir sehen ja wie sehr hier darauf geachtet wird dass der kommende Messias sich sehr eng identifiziert mit dem Volk Vers 8 so spricht der Herr zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen und ich will dich behüten und dich dem Volk zum Bund geben damit du dem Land wieder aufhilfst und die verwüsteten Erbteile wieder als Erbbesitz austeilst übrigens nimm dieser Vers Bezug auf den messianischen Psalm in Psalm 69 Vers 14 Jesu Gebete sind erhört worden Paulus verwendet diesen Vers auch um zu zeigen dass heute der Tag des Heils dass wir die Entscheidung für Jesus nicht aufschieben sollten sondern heute ist die angehme Zeit denn heute möchte Gott auch dein und mein Gebet erhören wenn es etwas gibt das du bitten musst etwas beten musst wenn es etwas gibt was geklärt werden muss warte nicht bis morgen heute ist der angenehme Tag heute ist der Tag des Heils Gott wird dich heute erhören wenn du es ernst meinst Vers 9 damit du zu den Gefangenen sagst geht hinaus und zu denen in der Finsternis kommt hervor sie werden an den Straßen weiden und auf allen kahlen Hügeln ihre Weide haben Jesus ist der von Gott gesandte Befreier das machen die Evangelien immer und immer wieder deutlich und denen die in der Finsternis sitzen erscheint dein großes Licht leuchtet ein großes Licht auch wie in Josiah 9 schon prophezeit und wie im Leben von Jesus immer wieder deutlich gesehen er ist das Licht für die Heiden er ist das Licht der Welt sie werden weder hungern noch dürsten keine trügerische Wasserspiegelung noch Sonne wird sie blenden denn ihr Erbarmer wird sie führen und zu den Wasserquellen leiten eine wunderschöne Verheißung die Jesus mehrfach aufgegriffen hat und die sich dann letztendlich vollständig und den vollsten Umfang in Offenbarung 7 auf im Himmel und auf der neuen Erde erfüllen wird ich werde alle meine Berge zum Weg machen und meine Straßen sollen erhöht werden diese Idee kennen wir aus Jesaja 40 die Straße das ist diese Straße aus Jesaja 35 auf der jeder selbst wenn er einfältig ist gehen kann diese Straße ist natürlich Jesus selbst nach Johannes 14 Vers 6 er sagt ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben und auf dieser Straße sollen die Erlösten aus allen Nationen zusammengerufen werden und das kennen wir aus Jesaja 11 Vers 16 wo die Straße sein wird aus Ägypten und aus Assyrien und all der Überrest Israels wird zum Herrn kommen siehe diese werden von Ferne kommen und jene dort von Norden und von Westen und diese aus dem Land der Sinim da haben wir wieder diese Idee diesmal noch weiter nicht nur von Assyrien und von Ägypten sondern von überall her aus allen Himmelsrichtungen es hat immer wieder auch Spekulationen gegeben wer diese Sinim sind dieses Volk ist nicht genau identifiziert es ist dabei oft an China gedacht worden und das ist nicht ganz unwahrscheinlich denn das Wort Sinna ist schon bei den alten Griechen das Wort für Chin die Chin Dynastie ist erst im dritten Jahrhundert vor Christus als Kaiserreich entstanden allerdings gab es den Staat Chin schon ab 778 vor Christus also schon in der Zeit von Jesaja war dieser Staat gegenwärtig und man weiß und man weiß dass einige Juden im Exil relativ weit nach Osten gezogen sind wohl bis nach Indien und man vermutet dass manche vielleicht sogar bis in das westliche China gekommen sein könnten insofern ist das also nicht ausgeschlossen dass hier die Chinesen angedeutet sind eine andere Deutung geht von Südägypten aus das basiert auf der Jesaja Rolle die in Kumran gefunden worden ist weil dort nicht Sinim sondern Sinim steht und das bezieht sich dann wohl auf die damalige jüdische Kolonie im heutigen Assuan Vers 13 Jubelt ihr Himmel und frohlocke du Erde brecht in Jubel aus ihr Berge denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich über seine Elenden da ist Freude im Himmel wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt Vers 14 Zion sprach der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen Vers 15 kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn selbst wenn sie ihn vergessen sollte wir kennen in der Bibel Geschichten von grausamen Momenten von schlimmen Belagerungen wo Frauen ihre eigenen Kinder gegessen haben selbst wenn das passiert ich will dich nicht vergessen ist Gottes Zusage an dich und an mich siehe in meine Hände habe ich dich eingezeichnet die Hände Jesu tragen die Male des Kreuzes bis in alle Ewigkeit er wird niemals vergessen wie sehr er dich liebt und was er für dich bereit war zu geben deine Mauern sind alle Zeit vor mir während die Israeliten im Exil waren waren die Mauern zerstört verbrannt aber Gott sagt deine Mauern sind trotzdem vor mir ich denke an dich auch wenn alles gerade katastrophal ist hier haben wir eine der großartigsten Verheißungen in der Bibel überhaupt wie oft denken wir vielleicht auch persönlich dass Gott uns verlassen hat die Menschen im Exil dachten dass es aus ist Ezekiel gibt in Ezekiel 37 diese dramatische Vision von den Totengebeinen die so knochentrocken sind dass selbst er nicht mehr weiß ob die noch einmal wiederauferstehen können aber Gott sagt Weissage und er weiß sagt und er weiß sagt ein zweites Mal und am Ende steht die Armee Gottes wieder da Gott kann die Toten auferwecken selbst wenn die schon staubtrocken sind wenn wir denken alles ist vorbei hat Gott tausend Wege von denen wir nichts wissen um uns wieder zu sich zu ziehen Jesus ist für mich am Kreuz gestorben übrigens er schwingt hier mit dieser Idee ich habe dich in meine Hände eingezeichnet auch die Idee mit dass man ein Zeichen an der Hand haben sollte in 2. Mose 13 als ein Zeichen der Erinnerung und so soll also deutlich gemacht werden dass die Wundmale Jesu ein Zeichen der Erinnerung sein werden Gott wird niemals vergessen wie sehr er uns liebt bis in alle Ewigkeit Vers 17 deine Söhne eilen deine Söhne eilen herbei aber die die dich zerstört und verwüstet haben werden sich davon machen hier geht es um die Rückkehr der Exzellenten aus Jerusalem die Babylonier dagegen gehen unter erhebe deine Augen rings umher und sie alle diese versammeln sich sie kommen zu dir so wahr ich lebe sprich daher du wirst sie alle wie einen Schmuck anlegen und du wirst sie als Gürtel umbinden wie eine Braut es tut Gott schwört um die Prophezeiung extra zu bekräftigen wie wir es aus Hebräer 6 kennen es wird eine große Freude sein wenn die Juden aus allen Richtungen zurückkommen aus Babylon denn dein Land das Öde verwüstet und zerstört liegt das wird nun für dich zu eng sein wegen der vielen Bewohner und die dich verschlingen wollten werden sich entfernen Gott wünscht sich nun dass so viele Juden zurückkehren dass das Land Juden gar nicht ausreicht und sie werden die verwüsteten Erbteile besitzen wir wissen natürlich leider aus der Geschichte von Esra und Nehemiah dass ein Großteil der Israeliten diese Verheißung nie in Anspruch genommen haben und deswegen das Land auch zunächst einmal nicht zu groß gewesen ist aber das war eigentlich Gottes Plan er wollte dass diese Rückkehr sofort wieder mit einer Deinen Ohren sagen dieser Ort ist mir zu eng gib mir Raum dass ich wohnen kann dann wirst du bei dir selbst denken wer hat mir denn diese geboren mir der kinderlose und unfruchtbaren verbannt und verstoßen und wer hat mir diese groß gezogen siehe ich war allein übrig geblieben wo waren denn diese hier werden Kinder Israels beschrieben und wir wissen aus der Bibel aus Galater dass geistlich viele Heiden in Christus dann die Kinder Israels geworden sind Gott nutzt also diese historische Situation als die Judäer in alle Nationen verstreut waren und jetzt nach Zion zurückkehren können um zu veranschaulichen wie er tatsächlich viele geistliche Kinder in alle Nationen hat die er alle versammeln möchte in einer Bewegung nämlich unter seinem Messias unter Christus Vers 23 Vers 22 so spricht der Gott der Herr siehe ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker meinen Banner aufrichten haben wir der Messias wird ja auch vorher schon Jesaja als ein Banner in Jesaja 11 beschrieben und sie werden dir deine Söhne im Gewand bausch herbringen und deine Töchter werden auf der Schulter herbeigetragen werden und Könige soll deine Wärter sein herben die auf mich haren werden nicht zu schanden werden einige Könige haben tatsächlich Hilfe geleistet für das Volk Gottes in Palästina Kyros der zweite Darius der erste mit ihren Edikten und die auf mich haren das erinnert uns an Jesaja 25 Vers 9 wenn dann bei der Wiederkunft Jesu Menschen sagen werden das ist der Gott auf den wir gewartet haben den geharrt haben den dass er uns rette lasst uns fröhlich sein in seiner Rettung Vers 24 kann wohl einem starken die Beute genommen werden und können rechtmäßig Gefangene entfliehen eine interessante und spannende Frage Babylon war stark und die Juden zudem rechtmäßig gefangen sie hatten sich kontinuierlich gegen Gott empört und sie hatten sich gegen Nebukadneza empört dass sie im Exil waren war nur rechtens die Frage ist gibt es trotzdem Hoffnung für sie obwohl sie zu Recht im Exil sind und es mit einem gigantischen Gegner nämlich Babylon zu tun haben diese Frage bezieht sich auch auf jeden der durch die Rebellion Sklave der Sünde geworden ist und denkt ich bin jetzt zu Recht in all dieses Elend gestürzt worden weil ich ja wissentlich gesündigt habe ich bin selbst verschuldet gefangen kann ich noch frei werden und die Antwort ist Vers 25 Ja so spricht der Heer auch die Gefangenen des Starken sollen ihm genommen werden und die Beute des Tyrannen sollen fliehen denn nun werde ich mit dem kämpfen der gegen dich kämpft und ich werde deine Kinder erretten lieber Freund wenn du wenn du damit zu kämpfen hast ob du noch gerettet werden kannst ob du nicht vielleicht zu weit gegangen bist ob du noch frei werden kannst von deinen schlechten Gewohnheiten Gott ruft dir zu Ja denn er kämpft er kämpft selbst und es gibt niemand der stärker ist als er seit 1. Mose 3 Vers 15 bedeutet dass Gott selbst Feindschaft setzt zwischen der Frau und der Schlange Jesus ist gekommen sagt 1. Johannes 3 Vers 8 um die Werke des Teufels zu zerstören der uns durch die Sünde gebunden hat denn die Sünde ist ja eine Sklaverei und weil niemand stärker ist als Gott kann er uns aus jeder Not befreien wenn Gott für uns ist so ruft es Paulus in Römer 8 aus wer kann gegen uns sein Vers 26 ich will deine Bedrücke mit ihrem eigenen Fleisch speisen und sie sollen trunken werden von ihrem eigenen Blut wie von Most und alles Fleisch soll erkennen dass ich der Herr deiner Retter bin und dein Erlöser der starke Jakobs die Erlösung soll Gott bekannt machen in der ganzen Welt Kapitel 50 so spricht der Herr wo ist der Scheidebrief eurer Mutter mit dem ich sie verstoßen habe oder welchem von meinen Gläubigern habe ich euch verkauft siehe ihr seid um eurer Sünden willen verkauft worden und um eure Übertretung willen ist eure Mutter verstoßen worden ist eine ganz interessante Passage hier den Scheidebrief kennen wir aus 5. Mose 24 eine Regelung die eigentlich nach Jesu eigenen Aussage im Evangelium nur der Herzenshertigkeit getroffen worden ist Männer waren weil sie so herzenshart waren es gab Regelung dafür dass wenn Männer ihre Frau einfach wegschicken wollten dass sie dann ein entsprechendes Zertifikat bekam aber es ist eine rhetorische Frage Gott sagt ich bin nicht wie so ein herzensharter Mann der einfach seine Ehefrau verstößt weil sie irgendwie ihm nicht mehr passt nein deswegen ist Israel nicht ins Exil gekommen und das andere Bild ist nicht minder interessant denn es geht um Gläubiger manchmal haben Menschen sich selbst verkauft oder ihre Kinder verkauft weil sie in Schulden geraten Aber auch hier ist es eine rhetorische Frage Gott musste keine Verpflichtung eingehen weswegen er die Israeliten als Bauernopfer irgendwie aufgegeben hat damit er anderweitig irgendetwas begleichen kann nein das Exil war nicht das Resultat göttlicher Willkür und auch keine Zwangslage das Exil war allein die Folge der freiwilligen Rebellion der Israeliten Verswein warum war kein Mensch da als ich kam antwortete niemand als ich rief ist etwa meine Hand zu kurz um zu erlösen oder ist bei mir keine Kraft um zu retten siehe mit meinem Schelten trockne ich das Meer aus ich mache Ströme zur Wüste siehre Fische vor Wassermangel faulen und vor Durst sterben Gott wundert sich warum niemand seine Erlösung annehmen möchte Gottes Hand ist nicht zu kurz er will uns retten und es ist erstaunlich für Gott es ist erstaunlich für die Engel erstaunlich für den Heiligen Geist dass Menschen die es so nötig haben dieses Angebot ablehnen für Gott ist nichts unmöglich und seine Kraft trocknet das Meer aus das erinnert an den Moment als Gott die Israeliten durch das Rote Meer durchgeführt hat später dann auch durch den Jordan in Joshua 3 Vers 3 ich bekleide ich kleide den Himmel in Schwarz und bedecke ihn mit Sacktuch auch das ist eine Erinnerung an die Erlösung aus Ägypten als Gott in der neunten Plage ganz Ägypten bis auf Goshen in Finsternis gebrachte Gott der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse er weckt morgen für morgen ja er weckt mir das Ohr damit ich höre wie Jünger hören hier spricht nun wieder der Messias er wird die Dinge sagen die Gott ihn lehrt Gott wird ihm sagen welche frohen Botschaften er den schwachen und bedürftigen Menschen sagen soll immer wieder macht Jesus deutlich dass er das sagt was Gott ihm aufgetragen hat dass er das tut was er den Vater tun sieht und deswegen war er der Mann der so gesprochen hat wie kein anderer Mensch niemand hat so gesprochen wie Jesus selbst seine Feinde mussten das zugeben er hatte Worte des Lebens deswegen weil er sich ständig die Worte vom Vater geben ließ mit anderen Worten wenn wir Jesus hören im Evangelium wenn wir hören wie er sagt kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid wenn er sagt ich will euch ja quicken wenn er sagt ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen wenn er sagt ich bin sanftmütig von Herzen demütig dann sagt er die Worte die ihm der Vater gesagt hat wir hören in seinen Worten die Worte des Vaters wir können verstehen ansatzweise warum er zu Philippus sagt wer mich gesehen hat der hat den Vater gesehen Gott der Herr Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen die Israeliten der Knecht Gottes das Volk Israel hatte keine geöffneten Ohren sie ihre Ohren waren verklebt ihre Herzen zu sie haben ständig übertreten sie waren Rebellen aber dieser Knecht ist ganz anders er identifiziert sich mit dem Volk Gottes und doch ist er ganz anders er hört hin er ist gehorsam er lernt den gehorsam und rebelliert nicht sondern übergibt seinen Willen Gott in allen Dingen selbst in Gethsemane meinen Rücken meinen Rücken bot ich denen die mich schlugen und meine Wangen denen die mich rauften mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel hier offenbart Jesus wie er auf Erden behandelt werden würde und er handelt hier in Übereinstimmung mit seinen eigenen Worten später in der Bergpredigt dass er die Wange hingehalten hat als er geschlagen worden ist Vers 7 aber Gott der Herr wird mir helfen darum muss ich mich nicht schämen darum machte ich mein Angesicht wie ein Kieselstein denn ich wusste dass ich nicht zustanden werden würde dieser Vers offenbart warum Jesus selbst tiefstes Leid und Elend durchgehalten hat weil er sich auf seinen himmlischen Vater berief jeden Morgen hat er sich zeitgenau noch bevor es hell wurde sagt die Bibel noch im Dunkeln ist er aufgestanden hat sich Zeit genommen mit Gott zu reden sein Wort zu studieren und Kraft zu tanken für den neuen Tag er selbst der der größte Lehrer aller Zeiten war war ein Schüler ein Schüler seines Vaters wenn wir anderen Menschen etwas wirklich beibringen wollen wenn wir echte Lehrer des Wortes Gottes sein wollen müssen wir selbst Schüler sein Tag für Tag Morgen für Morgen nur wer ein Schüler beim Vater ist kann ein Lehrer für andere Menschen sein das ist das was Jesus uns hier sehr deutlich vorgelebt hat Vers 8 der mich rechtfertigt ist nahe wer will mit mir rechten lasst uns miteinander hintreten wer will gegen mich Anklage heben er trete her zu mir man hört schon das Echo wie Paulus diese Verse aufgreift in Römer 8 Vers 32 bis 34 wenn Gott rechtfertigt dann kann mich niemand mehr vor Gericht verklagen denn dann hat Jesus alle Schuld auf sich genommen und bezahlt und deswegen ist die Botschaft von der Erlösung mit dem Gericht verbunden denn Gott erlöst mich ja damit ich durch das Gericht dann durchkomme und nicht mehr angeklagt werden kann Vers 9 siehe Gott der Herr steht mir bei wer will mich für schuldig erklären siehe sie werden alle zerfallen wie ein Kleid die Motte wird sie fressen wenn Gott für mich ist nimmt er die Schuld von mir hat sie auf sich selbst gelegt den Preis bezahlt lieber Freund liebe Freundin du und ich wir können vor Gott stehen ohne Schuld weil Jesus unser Freund unser Erlöser sie von uns genommen hat und uns reingewaschen hat durch sein Blut lasst uns dieses Geschenk doch heute annehmen wer unter euch fürchte den Herrn wer gehorchte Stimme seines Knechtes wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint so vertraue auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott es gibt Situationen in denen wir nicht genau wissen wie es weitergeht es gibt Situationen in denen alles dunkel ist aber auch dann dürfen wir auf Gott vertrauen uns an ihn festhalten Vers 11 habt aber acht ihr alle die ein Feuer anzündet und euch mit folgen Pfeilen wappnet geht hin in die Flamme eures eigenen Feuers und in die folgen Pfeile die ihr angezündet habt dieses widerfährt euch von meiner Hand dass ihr in Qualen liegen müsst wer nicht auf Gott vertraut wer stattdessen rebelliert wer sein eigenes Feuer anzündet der wird von seinem eigenen Tun selbst vernichtet werden und die Gottlosen werden diese Qualen erleiden die in Offenbarung 20 und Offenbarung 19 Matthäus 8 beschrieben sind lieber Freund liebe Freundin lasst uns doch heute diesen Erlöser in unser Leben nehmen lasst uns heute von ihm lernen und ihm alle unsere Schuld alle unsere schlechten Gedanken alle unsere schlechten Gewohnheiten geben damit er uns reinwaschen kann dass uns heute glauben dass seine Hand nicht zu kurz ist um mich persönlich um dich persönlich wo du heute bist mit all dem was dich heute betrifft zu erreichen möge Gott heute dir zeigen dass er dich rettet und zwar so wie er damals Menschen gerettet hat wie er zu allen Zeiten Menschen gerettet hat so real dass du weißt dass Gott existiert und dass er dein Freund dein Schöpfer dein Erlöser ist lass uns gemeinsam beten lieber Vater im Himmel wir möchten dir von Herzen Dank sagen dass du durch Jesaja zu uns sprichst dass du uns dein Wort offenbarst dass wir das Evangelium sehen dass wir sehen wie sehr auch unsere Endzeitbotschaft reines, tiefes, großartiges Evangelium ist Herr es gibt dass wir noch viel mehr uns mit diesen Gedanken beschäftigen es sind so große Themen die wir gar nicht alle in diesen paar Minuten entfalten können wir brauchen Zeit sie zu durchdenken anzuwenden und mit anderen Bibeltexten zu verknüpfen Herr hilf uns dass wir in allem was wir tun mit dir verbunden sind dass wir deine Schüler sind erlöst geschaffen und gelehrt von dir damit wir ein Licht sein können für andere Menschen damit wir das sein können was du dir für die Israeliten damals gewünscht hast dass wir ein Licht sein können für die ganze Welt und ihnen zeigen können dass es nur einen wahren Gott gibt nämlich dich das bitten wir im Namen Jesu Amen damit verabschieden wir uns für heute wir sehen uns nächste Woche wieder bis dahin wünschen wir euch Gottes reichen Segen im Studium seines Wortes Gott mit euch Amen Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!